Hoi, wie wird das Vortag? Oh, das wird ne geile Partie. A-Jugend. Stellen wir mal die A-Jugend auch noch auf. Okay. Bereit, Dominik? Ja. Willst du nicht hier vielleicht noch irgendeinen Spieler einen Vertrag geben? Okay. Das läuft erst Ende 2013, also Sommer 2013 aus. Dann gib mal Gold. Oh, pfff. Natürlich. Ja, ich brauche ein Handicap mehr. Natürlich darf Chris nix machen. So, Dominik. Ich hab dein Bestes. Spiel beginnt. Schuss wurde abgeblockt. Schuss. Und 1-0. Was? Vollrückzieher, was? Vor allem, der Fallrückzieher war ja ne Vorlage. Das war ne Vorvorlage, einfach. Das war der Assist zum Assist. Vom Dominik gibt sein Team auch keine Anweisung. Du hast das Geilste daran. Spiel einfach nur krass. Was? Ah, Überstar. Überziehen wird's. Ich würde dann sagen, äh... Ich würde dann machen wir jetzt auch noch auf Stock. Ja. Mist hat IC teilt. Ja, übrigens, Mist hat Ambrose besiegt. Okay. Und 1-1. Behrens. Ja. Und natürlich hat Mist DQ gewonnen. Ja, natürlich. Sonst gäbe es ja die Stipulation nicht. Ja. Ich weiß, dass du nur das normale Daryon kam. Aber Dominik hat keine Probleme mit dem Schiedsrichter. Das ist schon mal gut. Mach dir auch keine Anweisung. Wieso soll ich in dem Spiel irgendwas sein? Weil, so oder so, ich gewinne. Ich werde unter uns. Ich gewinne trotzdem. Halbzeit. Halbzeit. Co-Trainer? Ach, Jürgen. Halbzeitansprachen. Jetzt gibt's das Recht Interessante. Nur da und Alicia Fox gegen Sasha Banks. Das war auch ein Match. Das ist keine Halbzeitansprache. Und macht es so, wie es ein Training einstudiert hat. Mit wem willst du reden? Geht keinem. Noch ein Ende Assistent. Easy. Spiele aufwärmen? Ja. Natürlich kann der A-Jugendtrainer nicht zufrieden sein. So dumm. Eckball. Geil. Ich finde es irgendwie lustig, dass die A-Jugend so viele Chance bekommt. Noch mal Eckball. Und? Und? Dann macht die ganze Zeit die Abwehr. Latte! Hab ich. Ja, aber jetzt klären sie. Und jetzt geht's nach vorne. Pass auf. Das war sogar wirklich voll der Konter. Ja. Wird aber nix. Mal ein netter Versuch. Sagen wir es so. Boah. Boah. Eine riesen Chance. Okay Tor. 1-2-1. Teilweise habe ich wirklich an Dominic gezweifelt. An seiner Auswahl. Ja. Da gibt's immer noch. Na der geht nicht. Was? Ja. Was hab ich mir schon gedacht? Ja. Manchmal geht der dann auch nicht. Ich hab mir das aber drücken gedacht. Wobei ist ein Erbiger im Kirsten. Ja, von der ersten Mannschaft. Ja. Siehst du doch. Oh ne. Oh ne. Jetzt gibt's die 30 Tonnen reinwechseln. Und dann, äh. Ich hab die Kartenschlöbe drauf. Ja. Okay, was war eins? Ähm. Maumau. Okay. Ein König. Fängst du an? Ja. Okay. Was macht ihr da? Wir spielen Maumau. Hier hast du meine... meinen Buben. Okay. Jetzt ist die heut Buben, da kann ich euch wünschen, oder? Ja. 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 Und dann sind sie hier piek. Okay. Hier. Okay, ja. Die Werbekarte hat jetzt auch. Aber wirklich? Ja, hier bitte. Hast du es mal? Das hätt's mir ja nicht sagen. Aber hier, guck mal. Tja. Tja, hast du das... Ja, es ist nicht... Du hast jetzt das Yacht gelegt. Ja, ne? Aber weißt du das? Wir können die Dachbaut hin. Es schickt Hilfe. Hilfe. Was? Was für Hilfe soll ich schicken? Kennen wir nicht? Ne, was? Hilfe soll ich schicken? Hilfe. Hilfe. Ja, was denn? Und nicht du. Wieso ich? Wieso er? Ja. Ich... Ich muss... Ich muss in die zweite Mannschaft von Dominik rein. Ich kauf mir tot. Ich würde ihn nicht äh... Abtauchen. Ich würde bei deinem einfach... Ich würde nur... vergast werden. Ne, was ist denn denn... Irgendwie eine Spende-Ferbie? Wir haben ja kein Geld. Fakt. Ich hab da auch kein Geld. Und wenn er meistens sich davon irgendein... äh... Start-in-Beten-Mitte-Felbspieler holen. Und das mit meinem... äh... Finanz-Assistent. Da gönnt sich dafür wieder an eine geile Liga. Ich wüsste ich sein, wenn ich mich nicht mehr zu gewinnen. Das ist so aus. Ah... Fehlt eine Chance der RB. Haha... Rock. Ja... So, da hab ich ein bisschen nicht getragen. Tor geht raus und der hin wird es. Weißt du... Wie heißt es eigentlich die Cruiser-Rate-Match? Für sie? Nein. Okay. Also, jein. Wird es gesehen, dass du ein solches anerkennen? So rum. Es wurde als Cruiser-Ware also... Es gab eine Cruiser-Ware Name-Plates. Aber der Rest hat's... Ah, okay. Also das... Spiel zu Ende. So. Okay. Wow. Was denn? Ach, nix. Okay. Hab nur gesehen, wieso ich Alicia Fox nicht als Good Ruster rein stufen würde. Wer tut das denn schon? Aber egal, was hat Alicia Fox gemacht? Sie hing am Turnbuckle fest mit ihrem Bein. Ganz alleine. Sie eigenverschulden. War nicht geplant. Wie können die meisten Mannschaften immer noch so competitive sein? Müssten die ja bei dir rot sein, sind die aber nicht. Ich habe wohl jetzt keine Tasse aufzusteigen. Im letzten gefällt es mir. Ja. Aber egal, ich will jetzt erstmal hier speichern an der Stelle. Hier erstmal drüber zum Bereich. Zack. Dann speichern. Und dann würde ich einfach sagen, können wir hier diese Aufnahmesession aufenden. Okay. Dann können wir in der nächsten Aufnahmesession den ersten Spieltag direkt machen. Ist halt nicht schön. Aha, ne wird nicht schön. Das ging doch noch nicht. Ja. Ich würde dann einfach sagen, das ist dann vorbei. Im nächsten Mal wieder. Tschau dir. Und auf rein. Tschö. Tschö. Diesmal war ich nicht zu spät. Tschö. Tschö.